auch mit 6 mit dem Bildung bei Bieter und er hat komisches Lachen aber er hat keine Angst, er ist nur ein bisschen durch vom ganzen Red Bull das ist also hier gerade reinpfeift ich höre dich Kaku-Demon, bist du da oben? ich habe deine Rauchwolke gesehen das ist richtig geil, wir machen das so und dann mit Bande voll in die Fresse, voll in seinen geöffneten Schlund 21D, haben wir den Code für 21D ich bezweifle es, Robert Price 21D, 21D Halt doch einfach mal die Fresse ich wusste es ich habe mich an dich erinnert ich dachte hier ist irgendwas man ich dachte hier ist irgendwas geiles drin aber anscheinend habe ich mich da geirrt so wie war der fucking Code da? ich muss nicht jede hier, ich muss nicht jede Tür hey, die habe ich fast nicht gesehen aber ich habe ja noch gute Augen die hat er, die hat er gleich Kaku-Demon doch nicht Revenant ich ballere deine Rakete ab ich habe die ganze scheiße das war knapp Kaku-Demon aber eure Feuerkugeln kann ich abballern ah, da ist noch einer komm, die letzten beiden und wenigstens habe ich den Feuerball aufgehalten oh man ist das fertig da ist noch einer ha auch dich habe ich gehört ey, 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 ey wollte ich mich wieder anspringen, du Sau, ne ja, nicht mit mir wow wenn man so aufgeregt ist und das Spiel spielt dann ist das schon uncool wenn man dann auch noch ein Let's Play macht davon dann dann ist es noch noch schlimmer nee, andersrum fuck ey, 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 ey ich muss erst sagen wenn man ein Let's Play macht das ist schon heftig weil ich weiß nicht warum aber wenn ich das alles kommentiere noch dann dann ist man gar nicht dann ist man gar nicht so gefasst auf den ganzen Scheiß oh, ich höre es noch nicht äh, äh äh, äh äh, äh, äh der Fahrstuhl fuck of war bam hat, hat sie hat sie den gesehen war voll die Statue in seinem in seiner Ausholbewegung vor seinem geilen Feuerball ha, ausgeglichen hey na ja, genau hüpf in der Luft hüpf in der Luft, du Sau oh, ich muss gleich wieder voll einmal glaub ich aber ist egal äh, der Channel ist sowieso niveaulos also tue ich den ganzen, äh, dann da mit dem ganzen nur was Gutes oh, 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 oh oh, oh, oh wie schnell rusht du eigentlich hin oben weißt du du oh scheiße ich hasse sie ich hasse sie einfach ich 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 pack euch jetzt was ich 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 ja wahnsinn ich bin gleich zu gut scheiße jetzt höre ich auch noch einen Kaku-Dämon oh oh fuck ah ich bin 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 scheiße das war voll die übelste Armee ey ich glaub das nicht oh, ich muss was trinken oh god so ich bin gewappnet gegen den Scheiß so wie machen wir das jetzt ich finde wir machen das jetzt da mit dem Plasma genau stirb 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 du verlorene Seele stirb ja jetzt jetzt geht's schon wieder los genau ja wo seid ihr denn eigentlich alle ach oh ich kann oh nein warum liegst du einfach wieder gelandet shit ich bin mein yo das ist diesen Teil nehm ich let's fail boom 3 ach ja hier da bist du ja genau komm ich hol mir erstmal Energie oh fuck das ist wie kommt da noch alle oh ähm ähm äh was hab ich jetzt gesagt Pissen genau Pissen ist mein neues Pissen ist mein mein Revenant er schießt mir direkt in die Fresse aber John Kane hält das aus John Kane ist ja genau hier komm leckt mich doch alle leckt mich doch okay ich hab's geschafft so was haben wir was haben wir hier nein initialize power ja geil was bringt mir das jetzt äh zur Lobby und da achso ich muss noch weiter zu den invidata labs rein das sieht böse aus ah ist doch nur ein zombie kriegst du mich kriegst du mich äh du geile Sau kriegst du mich peng oh Energie wo ist er ja komm hör auf so scheiße zu zischen ich krieg dich doch eh da bist du was die Hure ist auch überlebt boah ich oh ja 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 hast mich verschrocken ich glaub diese Session diese Zock Session hier heute wird sowas von nivellos weil ich das Gefühl hab jeden Moment loskotzen zu müssen bei den ganzen scheiß Retrolen die ich mir heute schon reingeschrieben hab rein fuck you ich hab sie mit äh Leute die ich mir reingezogen äh die ich getrunken hab so die konsumiert habe ich will nur keine Bulldose sein das wäre ja das wäre ja hey ach noch einer oh ja 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 wo seid ihr denn alle da oben so an so an bin ja so aufgeregt bin ja so aufgeregt ich müsste ich müsste wo kommt ihr das war jetzt gut da könnt ihr jetzt stolz auf mich sein Leute ganz ehrlich so ähm ich müsste mal so ein let's drink some red boool special machen fuck you nein 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 okay nicht irgendwie let's äh hier ähm na kein drunk special also in einem personalities ich hab das gefühlt das macht mich noch kranker auch die herr warum緊ste mal nicht mit den ena vorne Prozent Prozent nicht mit mir okay wir werden wenn ich ihn gar nicht zählen ja das ist umgeleitet genau das das hat jetzt auch so elendlich viel gebracht so aber scheiß drauf und noch einer das ist ja ein Fest so, nein, 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 so hey Plasmagun ach, ich hab wieder zu früh nachgeladen, weil ich dachte, nur weil er runterfliegt, ist er aufgedrückt aber das ist nicht so sie müssen sich nämlich erst auflösen okay, freut mich speichern nach geht's oh genau, ja du mit deinem verhurten Tritten ja, 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 ja ich hab dir in den Bauch geschossen das hab ich recht wohl genossen jetzt nehm ich den Aufzug runter und dann bin ich wieder munter dieses Lied, das war so sinnlos das war, da ist ein Irm Bäm du triffst mich, denn ich bin viel zu schlecht fieses Spiel nein, bin ich eigentlich what the wo kommst du denn her äh doch, brauch ich sogar ein Tipp von mir sei leiser wenn ich dich nicht höre, dann erschreckst du mich let's fight ja so, was haben wir hier den brauche ich den Panzer den Rüstungspanzer so, geht's doch und äh ja speichern natürlich und ich trink einen weiteren Schluck ha diesmal nicht das sieht böse aus, da bin ich noch nicht dran ähm, und das sieht geschlossen aus das heißt, ich muss da delta-executive-staff oder delta-authority oh, authority so ja dann würde ich sagen, besorgen wir uns doch mal als PDA hey, 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 hey ich muss das nicht hatte gewusst, hatte gewusst pass auf hier double kill oh, fuck das wäre fast ein triple kill mit mir selber gewesen fuck, der hat ne Minigun friss Plasma, du Sau stirb doch mal geht doch äh, ja somit hätten wir noch einen neuen Gegner kennengelernt und zwar sind die Commandos nicht nur so geil und können äh fuck, da ist ja noch einer und können mit dicken Dingern umgehen mit langen Tentakeln und so sondern auch noch mit Miniguns ja als wenn die langen Dinger nicht schon genug wären, ne ja, ich sag's immer wieder irgendwas muss ich doch hier genau, ne, okay den laudig monach so muss jetzt auch langsam zusehen, weil da der Warten muss gleich mal beendet werden aber wir haben das gerade fast geschafft und deswegen rush ich hier glaube ich nochmal eben durch oder ich versuch's wenn dieser Kackdämon sich mal töten lässt na, wo kommen wir denn wieder? da, aha da ist er oh, nö ich wusste es du schießt immer gleich mit deinen verhuren okay, ne kussi, ey oh, das schaff ich noch schaff ich noch schaff ich noch ah, fuck das schaff ich nicht mehr oh, nö fuck you fuck, fuck, fuck oh, mit gutem Glück schaff ich das nicht mehr oh, 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 scheiße, nein ich bin so glücklich, ich bin so glücklich Leute Leute, seht doch, ich hab nur noch ich hab nur noch fuck, 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 lass mich rein, lass mich rein wow, ich hab nur noch einen Lebenspunkt alter Scheiße das wird, das wird nichts, das schaff ich nicht mehr wie, ob ich schaffe, das seht ihr im nächsten Part bis dann ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich